Servus und Willkommen zurück zu einem neuen F1 23 Liga Video, ja heute mit dem großen Preis am Bachrand mit dem Qualifying und ja ich würde sagen das Qualifying war overall ganz okay natürlich die Pace zu den ersten drei vier Leuten war nicht so aber dahinter war alles knapp egal und ja ich würde einfach mal sagen viel Spaß mit den Quali Highlights und man hört sich dann im nächsten Video zu den Rennen vom großen Preis am Bachrand und ich würde sagen let's go vielleicht noch von diesen 23 haben wir es schon ja das ist ja ich muss sagen heute habe ich ein bisschen Box gefahren naja tatsächlich ich auch das liegt wahrscheinlich nur wieder daran weil wir keine Kurpapiere gefahren in dieser Woche ich würde sagen 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 Oh Gott, jetzt ist er am Rutschen. Ich bin 4, ja. Ja, 29.1, ey, 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 das ist aber echt. Das war auch wirklich schlecht. Naja, seit der Sektor war keine Rutsche bei dir. Bei uns sind eigentlich auch nur die, die überkassen Leute hier. Mango, ja gut, Landy Ox, Svenna Di Marco, Lemi. Lemi ist doch, na alter, Lemi ist auf Mediums eine 1,28,7 gefahren. Natürlich, natürlich. Lass mich raten, die waren auf 100 Grad vorgewärmt. Wahrscheinlich. Im Kern. 23 mit Mediums. Aber eigentlich fällt der auch durch. Ich denke mal. Ja, mal gucken. Pushlip Nummer 2. Tschüss. Mögen bin. Tö 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 Das war's für heute. Okay, vier Zehntel nochmal gefunden. 28,7. 13 Uhr. Schön. 13 Uhr. Schön. Jetzt 28,9 oder 8,11. 15 Uhr. 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 Vielen Dank.